Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Wir Lernen EVE. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Bei uns geht es heute um Losec Mining. Und ob das wirklich sich lohnt, ja, vielleicht, weiß ich nicht so richtig. Im Losec gibt es auf jeden Fall etwas wertvolleres Erz, je nachdem in welchem Gebiet ihr euch aufhaltet. Und die Venture ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht gefittet für diesen Job, was ich eventuell noch machen möchte. Ich habe nämlich gesehen, ich bin ohne den Salvager bin ich wahrscheinlich auch ohne... Ach nee, das ist ein Current Router, okay. Das ist gar kein Cap Rig, okay. Dann lasse ich das so. Das ist auch das Fitting, mit dem wir schon im HiSeg Mining betrieben haben. Und ich gucke gerade mal, ob die leer ist. Ja, die ist leer, alles klar. Und warum hier kein Warp Core Stabilizer? Naja, weil die Venture hat ja schon zwei von Natur aus quasi eingebaut. Ähm, gleichzeitig aus demselben Grund, warum ich auch im letzten Video in der Probe keine drei Stabilisierungspunkte für meinen Warp Antrieb haben möchte, ähm, sage ich auch hier, das Damage Control ist mehr wert als der dritte Punkt. Wenn ich die Möglichkeit hätte, vier Punkte, ähm, Warp Core Stabilizing insgesamt zu haben, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen. Aber, äh, da ich nur die Möglichkeit drei Punkte, äh, die Möglichkeit habe, drei Punkte, äh, maximal zu erreichen, weil ich nur einen Low Slot und die zwei Punkte Bonus habe, sage ich eben, äh, da nehme ich doch lieber ein Damage Control. Äh, was ich noch nicht habe, sind Drohnen. Und da werde ich mir auch gleich mal hier die Warriors aus meiner Probe rausnehmen. Dann habe ich jetzt Drohnen. Und ansonsten würde ich an dem Fitting eigentlich gar nichts mehr ändern. Das ist eigentlich schon ganz gut. Was man, äh, was einige Leute noch machen sind, äh, ist ein, äh, so einen Scanner einzubauen, mit dem man gucken kann, wie viel Erz in den umliegenden Asteroiden noch drin ist. Ähm, ich sage aber, für eine Venture muss man das definitiv nicht machen. Ähm, denn man verliert nicht besonders viel Erz, wenn man mal, äh, wenn ein Asteroid, äh, leer ist und man deswegen einen leeren Zyklus quasi auf dem, auf dem Mining Laser, äh, laufen lässt. Und man verliert auch nur, also maximal 60 Sekunden an Mining, ähm, sogar weniger eigentlich. Und, äh, dafür habe ich lieber wesentlich mehr Tank dann in meiner Venture. So, äh, Drohnen habe ich. Ähm, ja, fehlt eigentlich nur noch die übliche Sicherheitsmeldung hier an dieser Stelle. Äh, ich achte darauf, dass ich einen leeren Klon habe. Ähm, wenn ihr wissen möchtet, wie man leere Klone, also so, dass, wenn ich gepoddet werde, meine Implantate nicht verloren gehen. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie man leere Klone erstellt, dann guckt, äh, das entsprechende Video über Skill Training, da habe ich das erklärt. Äh, ist immer wichtig, einen leeren Klon zu haben, besonders dann, wenn man sich ins, ähm, in gefährlichere Gefilde begibt, wie zum Beispiel Low-Sec, Null-Sec oder, ähm, Wormhole-Space. So, die Venture ist gefittet. Äh, das Einzige, was noch fehlt, ist, ich habe sie bisher noch nicht umbenannt. Das sollte ich definitiv noch tun. Ähm, genau, hier ganz oben ist sie, weil sie gerade das aktive Schiff ist. Und ich nenne sie einfach mal Punkt X. Ja, das war noch von meiner letzten, oh, 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 das war eine Aktion, wo ich meine Schiffe Punkt X genannt habe. Aber das erzähle ich hier in diesem, äh, Video gerade mal nicht. Äh, das geht vielleicht ein bisschen zu weit und... Ähm, was ich, was ich noch machen wollte, ist, äh, zu erklären, wie finde ich denn überhaupt ein System, in dem ich, ähm, Minern gehen kann. Also ich will natürlich ins Low-Sec, denn diese Folge heißt ja Low-Sec Mining. Das heißt, auch hier suche ich mir erstmal wieder ein Gebiet im Low-Sec. Ich brauche also, äh, Security-Status als, äh, Farbe. Und ich glaube, ich werde auch hier wieder in diese Region, äh, irgendwo fliegen, wo ich im, wo ich im letzten Video schon war. Denn, äh, das sah ja insgesamt alles ganz gut aus. Ähm, aber ich gehe auch hier nochmal ganz kurz darüber, welche, ähm, Werte man sich eventuell, äh, ganz, ganz gut angucken könnte. Und es gibt natürlich noch einen Zusatz dazu, weil wir jetzt Mining gehen. Ähm, erstmal natürlich, ähm, Sicherheits-Status, ähm, um, damit es überhaupt ein Low-Sec-System ist und vor allen Dingen kein Null-Sec-System, die hier rot sind. Denn da gelten nochmal ein bisschen andere Regeln und das kommt später. Dann gucken wir mal, wie viele Schiffe in der letzten Stunde dort zerstört wurden. Äh, in diesem Falle überhaupt keine. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn wir wollen ja nicht zerstört werden. Gucken wir, ob das Ganze im Factional Warfare Space ist. Das heißt also, diese Systeme hier sind zum Beispiel im Factional Warfare Space. Äh, dieses System nicht. Das ist gut. Das heißt, da gibt es wesentlich weniger PvP-Aktivität. Ähm, Piloten im All in den letzten 30 Minuten gar keine. Hier in diesem Zielsystem. Das ist natürlich auch schon mal ganz gut. Und, ähm, ja, wie viele Pots zerstört wurden in den letzten 24 Stunden. Wurde tatsächlich ein Pot zerstört. Ähm, aber in den letzten 24 Stunden. Also, ob derjenige da immer noch aktiv ist, der das gemacht hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, es gibt ein zusätzliches Maß. Achso, genau. Ähm, Sprünge in der letzten Stunde sollte man vielleicht auch noch mal gucken. Ähm, also so mittel bis gar nicht. Und, äh, hier backt es wieder so ein bisschen. Ähm, ist sicherlich in einigen Patches behoben. Muss man mal gucken. Und es gibt noch eine Sache, die man beim Mining beachten könnte oder sollte. Und das ist vor allen Dingen, äh, gibt es dort eine Station. Äh, denn wir wollen natürlich unser Erz auch dann entsprechend abladen. In der Station. Und hier gibt es tatsächlich eine Station. Das ist gut. Ähm, denn sonst müssten wir jedes Mal wieder zurück zum Highsec, äh, wenn wir unseren Frachtraum gefüllt haben. Was man natürlich auch machen kann. Also, ich könnte zum Beispiel hier in dieses System fliegen. Ähm, was also an der Grenze sind. Äh, ne, Moment, in dieses System. Genau, weil da ein System weiter schon Highsec ist. Und dann könnte ich halt sagen, okay. Äh, ich meinere da meine Venture voll. Dann fliege ich zum Highsec und lade da mein Erz ab. Dann, äh, habe ich wesentlich weniger Schwierigkeiten, was nachher den Transport des Erzes, ähm, angeht. Könnte man machen, ich werde es jetzt... Ja, doch, ich mache es so. Äh, das heißt also, ich will hier eigentlich erst in das erste Lowsec-System. Und dann docke ich ab und bin eigentlich mit meinen Vorbereitungen an dieser Stelle schon fertig. Das heißt, ich werde da jetzt mal hinfliegen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich... Wie auch beim letzten Mal hier vor dem, äh, Lowsec-Tor stehe. Also, bis dann. So, da bin ich wieder auf dem Weg zum Gate ins Lowsec. Ähm, das große Problem, was ich jetzt hier habe, ist, äh, meine Strategie funktioniert natürlich nicht, weil es hier in dieser, in diesem Highsec-System, was daran angrenzt, äh, gar keine Stationen gibt. Das heißt also, ich kann gar nicht, ähm, jedes Mal mit einem vollen Frachtraum wieder ins, äh, ins Highsec zurück, um dann meine Fracht dort abzuladen. Soll mir jetzt aber erstmal egal sein. Äh, ich werde einfach trotzdem so weitermachen. Und, äh, werde dann hier im entsprechenden Lowsec-System dann jedes Mal meine Fracht abladen. Hier ist gerade niemand, das ist natürlich super. Und, äh, es gibt natürlich auch hier wieder zwei Möglichkeiten, wo ich im Grunde genommen, äh, Mining betreiben kann. Ich würde mir jetzt natürlich eigentlich einen Safe-Spot hier in dem System erstellen. Äh, mache ich jetzt in diesem Falle aber einfach mal nicht. Denn, das habe ich ja schon oft genug erklärt, wie das geht. Ähm, es gibt gerade keine Erzanomalien hier in diesem System. Ich habe meinen Filter so eingestellt, dass ich Anomalien sehen kann. Äh, das heißt also, die einzige Möglichkeit, wie ich hier meinen kann, ist tatsächlich in einem Asteroidengürtel. Und, äh, dann fliege ich da direkt mal hin. Sollte man vielleicht auch tatsächlich mal, äh, sich überlegen. Ähm, bevor man überhaupt irgendwo, äh, zum Mining hinfliegt, mal nachzugucken, ob es in dem System überhaupt Asteroidengürtel gibt. Äh, das habe ich jetzt hier vergessen, äh, kann man aber auf Dotland zum Beispiel, äh, nachgucken. Ich weiß nicht, ob es in der Ingame-Karte hier auch geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. So, hier sind auch schon ein paar böse Jungs am Start. Und ich weiß leider nicht, ob ich die überhaupt tanken kann in meiner Venture. Äh, das heißt, was ich mal probiere, ist, ich suche mir einen anderen Asteroidengürtel und dann gucke ich mal, ob da auch böse Jungs drin sind. Äh, ich weiß nicht, ob es eben Low-Sec so ist, dass die tatsächlich alle irgendwie, ähm, Reds drin haben oder nicht. Und ich lade auch gleich mal meine, ähm, Mining-Overview hier in meinen Tab. Muss ich mal gucken, ob ich die Jungs tatsächlich tanken kann. Ja, hier sind zum Beispiel gerade keine. Äh, ja, das ist doch auch gar nicht so schlecht. Dann nehme ich doch das hier. Früher oder später tauchen die garantiert irgendwie auf, aber, ähm, ja, was soll's. Und dann gucke ich mal, was es hier überhaupt gibt, was man ernten könnte. Ähm, Jazzpad wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und normalerweise, also ich habe das ja in dem Highsec-Mining-Video schon mal gezeigt, wie man, äh, wie man Sachen findet, die man meinen kann. Ähm, also auf der Seite von Celeste ist, dass man da mal zum Beispiel drauf guckt und sieht, ähm, wo genau, äh, gibt es Erze, die wirklich wertvoll sind. Oder welche Erze sind sehr, sehr wertvoll. Und hier sieht man 10, also Jazzpad ist an sich schon sehr, sehr wertvoll. Und, äh, plus 10 Prozent, ähm, besseren Yield als normales. Das heißt also, das ist definitiv was, wo ich gerne meinere. Und das heißt, ich werde das direkt mal, äh, bookmarken, damit ich jetzt hier nicht hin slowbooten muss. Das heißt, eigentlich, ich glaube, so lange dauert das gar nicht, oder? Ach ja, und da taucht auch schon der erste, der erste Kollege auf hier. So, äh, einen Kreuzer sollte ich mit meiner Venture, glaube ich, tanken können. Ähm, die Frage ist, kann ich den Kreuzer mit meinen Drohnen sogar erledigen? Äh, es würde mich wundern, wenn ich das könnte, aber, ähm, ich kann es natürlich ausprobieren. So, erstmal werde ich hier das Jazzpad aufschalten und dann gucke ich mal, der ist momentan sogar noch viel zu weit weg, als dass ich ihn tatsächlich, oh, 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 der macht sogar richtig Schaden. Äh, 15 Kilometer muss er ran sein, damit ich ihn aufschalten kann. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Eventuell müsst ihr euch, äh, halt Kollegen dazu holen, die euch helfen, um sowas zu machen. Und da gilt auch das, was, ähm, ich normalerweise immer sage. Und zwar, holt euch, äh, holt euch ne Korb. Oh ja, den schaffe ich nie im Leben. Ähm, was hier an diesem Fitting definitiv noch fehlt, wäre ein Afterburner. Ich glaube, ich könnte ihn vielleicht Speed tanken. Äh, ja, das werde ich mal machen. Ich hole mal meine Drohnen wieder rein. Und, äh, dann fliege ich gleich mal wieder zum, äh, zum Highsec zurück. Und hier ist auch direkt noch ein, äh, Rifter auf dem Weg zu mir. Ja, die wird mich eher nicht kriegen. Äh, das heißt also, wenn die mich kriegt, dann, äh, hat die durchaus gute Chancen gegen mich. Aber, dass der tatsächlich so gefittet ist, dass der meinen Venture festhalten kann, ist, äh, unwahrscheinlich. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich direkt einen Afterburner irgendwo finde. Und dann gucke ich mal, ob ich den Kreuzer nicht irgendwie Speed tanken kann. Also, ich hatte das in der Folge über Waffensysteme mal erklärt, ähm, wie sowas funktioniert. Ähm, ihr versucht einfach so schnell zu sein, dass die Jungs euch nicht treffen. Und, ähm, das könnte man mit nem MWD eher nicht machen, weil in die Formel, ob die Leute euch treffen oder nicht, ähm, ähm, das spielt sowohl euer Signaturradius als auch eure Geschwindigkeit relativ zu denen, also eure Winkelgeschwindigkeit, mit der ihr denjenigen umkreist, spielt da eine Rolle. Und, ähm, das MWD hat den SIG Blumen, also das bläst eure Signatur ziemlich stark auf. Äh, das heißt also, ähm, die treffen euch dadurch einerseits schwerer, weil ihr euch schneller bewegt, aber andererseits auch wieder wesentlich leichter, weil eure Signatur fünfmal so groß ist. Äh, ich rufe mal kurz den Markt auf und gucke, ob es irgendwo ein Afterburner gibt, den ich mir hier kaufen könnte. Äh, zwei Sprünge weit weg für 39.000, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, da werde ich, äh, definitiv mal, ähm, vorbeischauen. Könnte mir jetzt tatsächlich überlegen, ähm, ob ich mir irgendwie noch einen, äh, kaufe, der ein bisschen leichter zu fitten ist, oder ähnliches, aber, ähm, wirklich nötig ist das wahrscheinlich nicht. Also, die Jungs sind wesentlich stärker, als ich das gedacht habe. Hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren sollen, aber das bietet mir natürlich die Möglichkeit, jetzt auch mal, ähm, auszuprobieren, ob ich das Ganze tatsächlich speed tanken kann. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, naja, dann gilt halt das, was ich gesagt habe. Entweder, ja, ihr holt euch einfach Kollegen dazu. Ihr holt euch Leute dazu, die dann entsprechend die, ähm, die Feinde bekämpfen für euch. So, ich werde gleich mal meine Route so setzen, dass ich da wieder, äh, hin zurück kann. Und das wäre doch gelacht, wenn ich das jetzt nicht schaffen würde. Ähm, hier in dieses System wollte ich, glaube ich, fliegen. Und, äh, die machen auch noch, also, die Sunshars machen natürlich auch noch EM-Schaden und ich bin gegen EM-Schaden so gut wie gar nicht getankt. Ähm, das heißt also, das ist nochmal, äh, nochmal ein Punkt, der das Ganze für mich noch ein bisschen schwerer macht. Ähm, wenn ich jetzt meinen Shield-Extender ausbaue, dann habe ich natürlich wesentlich weniger, äh, Shield insgesamt. Das ist nicht ganz so optimal. Komme ich von 4300 auf 2700 EHP. Was also wesentlich weniger nochmal ist. Aber, ich gucke mal. Eigentlich sollte ich die Kreuzler Speed tanken können. Aber wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Das heißt, und ich habe nur, ja gut, äh, 2 Minuten Cap, aber mit Salvager aktiv. Ich bin immer noch stabil, wenn ich den Salvager nicht laufen lasse. So, gucke ich mal, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Eine Idee ist es auf jeden Fall wert. Und, ähm, wenn da mehr drin ist in der, in der, ähm, in dem Asteroidengürtel, als zum Beispiel, äh, Kreuzer. Also, die Fregatten kann ich sicherlich nicht, äh, Speed tanken. Ähm, aber wenn da Fregatten dazu noch mit drin sind, die Fregatten werde ich dann mit meinen Drohnen höchstwahrscheinlich machen können. Ich werde mal wieder in das System zurückfliegen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da bin und dann können wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Also, bis gleich. So, gerade nochmal über das Fitting rüber geguckt. Also, wenn ich jetzt den zweiten Shield Extender ausgebaut habe, dann bräuchte ich natürlich eigentlich mein, ähm, mein Power Grid Rig nicht mehr. Das heißt, ich könnte das ersetzen durch ein EM-Resistenz-Rig, was mir gegen die Jungs hier wesentlich helfen würde, weil die eben sehr viel EM-Schaden machen. Aber, naja, ich suche mir einfach nochmal einen Asteroidengürtel und, äh, probiere das Ganze aus. Ist das überhaupt dasselbe System wie eben? Bin mir nicht ganz sicher. So, natürlich nicht vergessen, ähm, den, das Involen anzuschalten. Und dann gucken wir mal, wer hier so lauert in dem Asteroidengürtel. Oh, nur ein Zerstörer. Äh, das sollte sogar machbar sein. Ich guck gerade nochmal, dass ich meinen Mining-Tab lade. Guck ich mal, ob es hier auch das schöne... Ja, hier gibt es auch Jespit. Das ist aber nur die Plus-Fünf-Variante, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich glaube, Pristine Jespit wäre das, wonach ich suche. Oh ja, da gibt es hier tatsächlich auch was. Oder, ah, Moment, ich hatte doch eben gerade schon den Asteroiden hier gebuckmarkt. Ich werde da mal hinworpen. Und dann kann ich auch sehen, ob ich tatsächlich gegen, gegen Kreuzer besser dran bin, als, äh, das eben der Fall war. Ähm, was ich natürlich auch noch machen könnte, wenn ich schon höhere Resistenzen durch Rigs erreichen kann, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich baue hier ein Modul rein, was meinen Cap Recharge erhöht, um meinen Tank noch ein bisschen zu verbessern. Was ich natürlich auch noch machen könnte, und was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wäre, wenn ich... So, ich bewege mich einfach mal. Hm, den hier will ich gerne umkreisen. In fünf Kilometer. So, und jetzt bin ich echt mal gespannt. Könnte sogar sein, dass mein Schiff jetzt drauf geht, weil ich wesentlich weniger Tank habe als vorher. Und, ähm, was jetzt ein sehr großes Problem ist, wenn ich... Also, ihr seht, das, äh, funktioniert tatsächlich. Also, ich nehme wesentlich weniger Schaden von ihm. Äh, ich könnte natürlich jetzt mir ein, äh, Shield Booster noch einbauen. Das würde meinem, äh, Tank sicherlich sehr helfen. Wenn ich jetzt in so einen Asteroiden hier rein crashe, dann, äh, nimmt meine Geschwindigkeit natürlich sehr, sehr stark ab. Und, ähm, wenn das passiert, dann bin ich toast. Denn, ähm, mein Tank, wie ihr seht, basiert momentan darauf, dass ich einfach, ähm, so schnell bin im Vergleich zu dem, also meine Winkelgeschwindigkeit im Vergleich zu ihm so hoch ist, ähm, dass er es nicht schafft, äh, mich zu treffen. Dazu darf ich natürlich auch nicht irgendwie auf ihn zufliegen oder ähnliches. Oder, äh, in einer Linie direkt von ihm wegfliegen. Äh, das wäre eher, eher schlecht für mich. Aber gucken wir mal, wie viel mein Aarhold inzwischen enthält. An ISK. Eine Fuhre immerhin 56.000, das ist gar nicht so schlecht. Und, äh, je näher ich an 33% Schild rankomme, desto schneller lädt sich mein Schild auch wieder auf. Aber wie gesagt, ähm, es wäre eventuell sogar eine gute Idee, einen aktiven Shield Tank in dieser Situation zu fitten. Also einen, äh, Shield Booster zu fitten. Äh, zusätzlich zu dem Speed Tank noch, dann wäre, würde sich mein Schild sehr, sehr schnell wieder aufladen. Ähm, solange ich dabei noch Cap-stabil bin, wäre das also, äh, sicherlich eine gute Idee. Ob ich das, äh, Cap-stabil schaffe, das habe ich jetzt an dieser Stelle nicht ausprobiert. Das müsst ihr dann im Zweifelsfall selber ausprobieren. So, meine Drohnen machen so gut wie Null Schaden, weil ich keine Drohnen-Skills habe. Aber gucken wir mal, da habe ich schon 100.000 ISK. Und, ähm, ein sehr, sehr großes Problem, was ich hier jetzt habe, äh, ist natürlich, wenn hier, also ich könnte zum Beispiel eine Strategie fahren, ähm, bei der ich wie im letzten Video ein, äh, Clocking-Device auf meine Venture draufbaue. Und in dem Moment, wo jemand ins System kommt oder in dem Moment, wo ich jemanden tatsächlich hier auf dem D-Scan sehe, ähm, der also, ja, ich kann den D-Scan natürlich auf ein AU stellen und dann sehe ich quasi, wenn jemand dann in den D-Scan-Reichweite kommt, dann ist es relativ sicher, dass der tatsächlich zu mir will. Ähm, das könnte ich machen, nur das Problem ist, solange hier noch der, ähm, der Red hier, äh, im Asteroidengürtel hat, äh, ist und mich aufgeschaltet hat, ähm, solange kann ich mich nicht tarnen. Weil, äh, solange euch jemand aufgeschaltet habt, könnt ihr euch nicht tarnen. Das wäre also durchaus problematisch. Und, äh, ihr seht jetzt, wo ich einen, ähm, Afterburner eingebaut habe, oh, oh, jetzt hat er tatsächlich mich mal relativ gut getroffen, ähm, weil mein, äh, Transversal, meine Transversal zu ihm, äh, sehr schlecht ist, also meine Winkelgeschwindigkeit zu ihm für einige Zeit sehr schlecht war. Und, ähm, da hat er mir tatsächlich ordentlich Schaden gemacht. Ähm, Problem kriege ich auch, wenn ich jetzt tatsächlich versuche, rauszuborten. Ähm, dann sollte ich eventuell in eine Richtung rauswarpen, ähm, wohin ich sowieso gerade fliege. Denn ansonsten bleibe ich, äh, stehen eventuell auf einer Stelle und dann kann der mir eine ganze Menge Schaden machen. So, auch hier wieder gilt als Sicherheitsvorkehrung, ähm, ob jemand tatsächlich versuchen wird, eine Venture zu ganken, ich weiß es nicht. Äh, ich bin nicht so im Low-Sec-Piraten-Mindset drin. Ich hab keine Ahnung, ob sich das für jemanden lohnen würde oder nicht. Oder ob jemand das für den Kill machen würde oder nicht. Äh, aber es ist generell eine gute Idee, äh, diese ganze Aktion entweder nur in einem leeren System zu machen oder, ähm, die ganze Zeit auf den D-Scan zu hämmern, ob jemand, äh, versucht, ähm, hier reinzukommen. Ähm, also hier, ähm, auf mich, auf mich zu warpen. Da muss ich jetzt momentan aber nicht machen, weil ja, äh, niemand anders hier im System drin ist. Wie gesagt, wenn der hier, ähm, Verstärkung dabei hätte in Form von Fregatten, dann würde ich sagen, würde ich die, äh, Fregatten als erstes machen, weil die mich tatsächlich treffen können und mir tatsächlich Schaden machen können. Ähm, und auch, hab ich ja auch schon gesagt, ich würde eventuell mal gucken, ob ich nicht, äh, einen aktiven Shield-Tank fitte, äh, statt des passiven Shield-Tanks, den ich jetzt momentan habe. Oh, 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 äh, da bin ich gerade in die Bounding-Box von dem Asteroiden hier reingeflogen. Und, äh, bin kurz stehen geblieben, aber glücklicherweise hat er mich dabei nicht wirklich getroffen. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Aber, wie gesagt, man muss, äh, hier durchaus auf der Hut sein. Ähm, und mit einem aktiven Shield-Tank, zumindest wenn ich den stabil hinkriegen würde, ähm, würde ich den hier locker weg tanken, also das wäre überhaupt kein Problem. Und ihr seht, ich mache, ich weiß gar nicht, wie viel ich, äh, im, beim High-Sec-Mining gemacht habe, aber ich mache hier eine ganze Menge mehr Kohle, ähm, weil es eben wesentlich wertvollere Asteroiden gibt. Äh, ich selber schaffe ihn wahrscheinlich auch nicht, bis mein, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt schaffe oder, ähm, ob für ihn auch die Regel gilt, dass bei 33% sein Schild am stärksten, ähm, wieder auflädt. Ähm, selbst wenn ich ihn eventuell schaffe, werde ich es vermutlich nicht schaffen, ähm, ihn zu töten, bevor mein, bevor mein, mein Frachtraum, äh, voll ist. Also mein Erzfrachtraum, voll ist. So, ich gucke gerade mal, ob der zu mir will. Äh, wenn der getarnt ist, dann habe ich natürlich ein Problem, dann kann ich ihn auf dem D-Scan nicht sehen. Und eventuell sollte ich auch meinen Weg zurück ins High-Sec, sollte ich eventuell hier markiert haben, ähm, dann kann ich nämlich direkt zum Sprungtor, äh, direkt zum Tor warpen, äh, wenn hier einer auftaucht auf dem D-Scan. Und ihr seht, ich drücke die ganze Zeit die D-Scan-Taste, ähm, einige legen sich einfach den D-Scan auf die Leertaste, weil das ein bisschen einfacher zu drücken ist. Äh, der ist ein bisschen, ähm, verdächtig lange hier im System, kann aber auch sein, dass der die Station besucht. Oh, ist eine Stratios. Gucken wir mal. Ähm, eine Stratios braucht vermutlich sehr, sehr lange, um mich aufzuschalten, wenn er keine Sebus gefittet hat. Und achso, er ist auch schon wieder verschwunden. Der wollte wohl nicht zu mir. Ähm. Das heißt, ob der wirklich geschafft hätte, mich festzuhalten, äh, ich weiß es nicht. Es kann gut sein, wenn das jemand ist, der speziell darauf gefittet ist, ähm, kleinere Schiffe zu ganken, dann, ähm, hätte es durchaus sein können, dass er das schafft. Aber er war auch gar nicht daran interessiert. Und auch hier, wenn ich, ähm, nicht mal einen aktiven Shield-Tank drin hätte, sondern, äh, ein Cap-Recharger, äh, Quatsch, äh, Shield-Recharger. Also das Low-Slot-Modul, was, ähm, Shield-Recharge mir gibt, für ein bisschen, ähm, Reduktion meiner Cap-Wiederaufladerate. Auch dann würde ich den vermutlich hier leichter tanken können, den Kollegen. Und ich muss immer darauf achten, ja, hier bin ich schon wieder in den Asteroiden reingeflogen, also weil die Bounding-Box des Asteroiden natürlich ein bisschen größer ist, als der Asteroid selbst, aus, äh, Berechnungsgründen. Also ich schaffe es tatsächlich nicht, den, äh, den hier wirklich zu besiegen. Äh, eventuell, wenn ich etwas bessere Drohnen-Skills hätte oder wenn ich Hop-Goblins dabei hätte, statt der Warriors, die machen, glaube ich, Explosive-Damage. Und die Sunshards sind auch relativ gut gegen Explosive-Damage getankt. Ähm, dann würde ich, würde ich es vielleicht sogar schaffen, den hier zu erledigen, aber, ähm, ich bin ja auch nicht dafür da, um den zu erledigen. Ich bin ja nicht Redding, ähm, fürs Redding hier, sondern ich bin fürs Mining hier. Das heißt, solange ich mit heilem Schiff und, ähm, vollem Frachtraum hier wieder rauskomme, bin ich eigentlich ganz zufrieden am Ende. Ja, und sonst so? Äh, also ich würde sagen, ähm, das Prinzip habt ihr, glaube ich, verstanden. Also es geht, äh, hier an dieser Stelle einfach darum, die Jungs, äh, so lange tanken zu können, bis euer Frachtraum voll ist. Ähm, denn wirklich was ausrichten gegen die könnt ihr in der Venture zumindest und, äh, mit, mit wenigen Skills eher selten. Es kann immer sein, dass ihr welchen begegnet, also zum Beispiel den Zerstörer, ähm, im letzten Belt, den könnte ich vielleicht sogar machen. Aber der würde mich auch wesentlich leichter treffen. Ähm, das heißt, sucht euch aus, welche, ich glaube, das ist so die Quintessenz, sucht euch aus, welche Belts ihr tatsächlich dann, ähm, beackert, um, euer, um an euer Erz zu kommen. Ähm, und ich glaube, ihr seht auch hieran, ähm, das Ganze hier ist wesentlich weniger entspannt als, äh, als Highsec Mining. Und Highsec Mining konnten mit einer, äh, äh, relativ ordentlich gefitteten Venture konnten uns die, äh, Reds überhaupt nichts anhaben. Ähm, so, und ich achte immer so ein bisschen darauf, dass ich nicht in einen Asteroiden direkt reinfliege, wenn das, äh, der Fall wäre, dann würde ich meinen Kurs entsprechend korrigieren. Und, ähm, und ich glaube, das reicht auch. Also, ich habe jetzt eine halbe Million in, äh, in Jespid gemacht. Und, ähm, das ist mir eigentlich, ist mir eigentlich genug, ähm, um das Prinzip zu zeigen. Ich hole mal meine Drohnen zurück, die machen ja sowieso nichts gegen den. Und, äh, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendwo einen guten Punkt finde, zu dem ich hinworpen kann. Ich sehe, wenn ich in diese Richtung fliege, dann könnte ich eventuell, also sowieso gerade in die Richtung fliege, dann könnte ich mal sehen, ob ich hier meinen Orbit nicht so umlenken kann, dass ich direkt hier zum Gate fliege. Und ich mache das Ganze hier gerade über Doppelklick im Weltall, dass ich so ein bisschen in Richtung des Gates steuere und dann, wenn ich fast darauf ausgerichtet bin, dann fliege ich durch, oder fliege, worbe ich hin. Und insgesamt, äh, 617.000 ist gemacht, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ich wollte jetzt hier raus, ähm, weil das Ganze mir ein bisschen zu unentspannt war, um das zu erzählen, was ich eigentlich natürlich erzählen wollte. Und, äh, das ist, wo geht denn überhaupt die Reise hin, wenn ihr Mining betreiben wollt. Ähm, womit ich, also mit den, was ich damit sagen will, mit den etwas größeren Mining-Schiffen, äh, könnte ich diese Jungs hier im Low-Sec, äh, wenn ich die denn fliegen könnte, die Mining-Schiffe, äh, könnte ich diese Jungs hier im Low-Sec, ähm, locker tanken. Und vermutlich sogar auch zerstören. Ähm, die Venture ist aber ein sehr, sehr gutes Mining-Schiff. Und, ähm, was ihr noch an Mining machen könnt, ist entweder Gas-Mining, da könnt ihr auch die Venture für benutzen, oder Ice-Mining. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr dafür die Venture benutzen könnt. Ähm, Ice-Mining werde ich jetzt nicht zeigen. Ähm, wenn ihr euch eine Mining-Corp sucht, die werden euch das dann sicherlich erklären. Ähm, Gas-Mining werde ich aber im späteren Verlauf nochmal erklären, wenn es um Wormhole-Space geht. Auch wenn Wormhole-Space nicht die einzige Möglichkeit ist, Gas zu finden. Ähm, ich würde aber ganz gerne einfach mal sagen, so von den Skills her, ähm, wo geht da die Reise hin? In welche Schiffe kann man trainieren, wenn man sich mit Mining etwas mehr beschäftigen möchte? Und, ähm, die Mining-Schiffe findet ihr, wie ich das, glaube ich, schon mal gesagt habe, größtenteils unter, äh, unter Ore im, im Schiffsbaum. Und, ähm, wir fliegen momentan, so ich mach das hier alles mal so ein bisschen zu. Äh, wir fliegen momentan die Venture. Und, äh, von der Venture aus habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr, ähm, wie ihr weitergehen könnt. Ihr könnt einmal in Richtung Mining-Barge gehen und dann Exhumor. Oder ihr könnt Richtung Expedition-Frigate gehen. Ähm, die Expedition-Frigates sind im Grunde genommen, ähm, die Tech-2-Varianten der Venture und die können Verschiedenes. Ähm, die Prospect zum Beispiel kann warpen, während sie getarnt ist. Also kann den, ähm, kann den Covert-Obs-Clock fitten. Ähm, und, äh, sie kann im Grunde eigentlich ein bisschen besser Minern und ein bisschen besser, äh, Gas-Harvesting betreiben, ähm, als die Venture es kann. Und sie hat auch einen etwas größeren Frachtraum. Ähm, nämlich 10.000, oder also einen Erzfrachtraum von, äh, 10.000 Kubikmetern. Wie man hier sehen kann. Und ist im Grunde genommen ein sehr, sehr gutes Schiff, wenn ihr euch in, äh, ich sag mal in etwas gefährlicheren, Gebieten aufhalten möchtet. Ähm, die Endurance kann auch Ice-Harvesting betreiben. Ist generell, ähm, ein bisschen mehr tanky. Ähm, kann nicht warpen, während sie getarnt ist. Kann aber, äh, sich trotzdem sehr gut tarnen, weil sie, ähm, den Malus auf eure Maximalgeschwindigkeit, den die Venture, ähm, noch hat, während ihr getarnt seid. Ähm, der wird hier, ähm, annulliert. Äh, wie man hier sehen kann bei der Endurance. Ähm, das heißt also, hier kann es sich durchaus auch lohnen, so ein Prototype-Clocking-Device auf die Endurance, ähm, draufzufitten. Das ist, ähm, sehr, sehr praktisch für Bubble-Camp-Evasion zum Beispiel. Aber das werde ich auch in einem späteren Video nochmal erklären. Also insgesamt, ähm, auch ein sehr, sehr gutes Schiff. Ähm, eine Fregatte zum Ice-Harvesting ist, ähm, ist sicherlich auch, ähm, was recht Schönes. Also, äh, die Leute in meinem EVE-Bekanntenkreis quasi, die, ähm, Ice-Harvesting betreiben, die mögen die Endurance sehr, sehr gerne. Äh, wo ihr hier noch gehen könnt, sind die Mining Barges. Da gibt es jeweils drei in der Tech, äh, 1 und in der Tech-2-Variante. Ähm, die sind im Grunde genommen Schiffe, die sehr, sehr viel mehr minern können, als die Venture das kann. Und, ähm, die sind wirklich exzellent im High-Sec zum Beispiel, um da richtig viel Erz rauszuholen. Ähm, der Trick hier an den Mining Barges ist, die haben keinen, äh, die haben nicht mehr den normalen Miner zum Fitten, sondern die haben einen sogenannten Strip Miner. Ein Strip Miner zählt nicht mehr als Turret, sondern als, ähm, als, äh, normales High-Slot-Modul, was keinen Turret-Slot belegt. Und dieser Strip Miner hat, anders als der Miner, den wir bisher benutzen, der eine Zykluszeit von 60 Sekunden hat, ähm, hat der Strip Miner einer Zyklus, eine Zykluszeit von 180 Sekunden. Ähm, und einen größeren, eine größere Reichweite, ähm, passt auch nur auf diese Exhumers, also die Tech-2-Mining Barges und auf die Mining Barges selbst drauf. Aber, äh, ihr könnt damit immense Mengen an Erz fördern. Und, ich würde euch raten, wenn ihr, äh, tatsächlich so eine Mining Barge benutzen wollt, dann nutzt doch am besten die Procure, äh, denn ihr habt das vielleicht schon an den Videos gemerkt, ich bin ein sehr großer Freund von, äh, von tankigen Schiffen und die Procure ist im Grunde genommen so, ähm, die Tank-Version, äh, einer, einer Mining Barge. Und, äh, die T2-Version der Procure wäre die Skiff, also sehr, sehr, sehr tanky, ihr könnt darauf extreme Mengen von Tank erreichen, im Grunde genommen so viel wie ein Schlachtschiff. Ähm, die Procure kann sich auch sehr, sehr gut wehren, weil sie, äh, fünf Drohnen ausschleusen kann, fünf kleine Drohnen. Ähm, aber ihr habt, äh, da einen, äh, Nachteil, weil die Mining Barges haben nicht mehr, ähm, ähm, nativ die, äh, Warpcore-Stärke, wie die Venture das noch hatte. Die hat ja einen Plus-Zwei-Bonus auf eure Warpcore-Stärke. Aber andererseits haben sie auch, äh, zwei Low-Slots. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel eine Procure, da könnt ihr zwei Warpcore-Stabilizers reinbauen. Ähm, ob das so sinnvoll ist, darüber kann man sich streiten. Ähm, ich würde sagen, die Procure ist relativ günstig. Ich glaube, mit zehn Millionen sollte die so ungefähr kosten. Ne, kostet sogar relativ viel. Äh, das war früher mal anders. Also zumindest fast 30 Millionen hat die, glaube ich, bisher nicht gekostet. Ähm, wie auch immer. Ähm, wenn ihr das Geld habt, könnt ihr das einfach mal ausprobieren, ob ihr die vielleicht verwenden wollt. Äh, selbst im Low-Sec. Im Null-Sec ist es so, da, ähm, erntet ihr normalerweise eben Gebieten, die von eurer Allianz kontrolliert werden. Das heißt, ihr habt sehr lange Vorwarnzeit, bevor überhaupt jemand Feindliches, ähm, die Möglichkeit hat, auf euch zu springen und zu versuchen, euch zu töten. Ähm, und, äh, in dem Fall könnt ihr auch sehr, sehr gut mit Mining Barges, ähm, da unterwegs sein, ähm, weil es nicht so schlimm ist, dass sie sehr, sehr wenig agil sind und sehr, sehr lange brauchen, um sich auszurichten. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Freund der Procure und, äh, der Skiff. Ähm, es gibt aber natürlich noch andere. Es gibt jeweils eine Variante, die hat ein bisschen höheren, ähm, höheren Mining Yield. Das wäre hier die Coveta oder die Hulk in der Tech-2-Variante. Ähm, die Dinger sind aber, die platzen wie ein Papierschiff. Also, die sind sofort tot, wenn die jemand auch nur anhustet. Und es gibt noch die Retriever und die Mekinor hier oben. Ähm, deren einziger Vorteil ist im Grunde genommen, dass die einen größeren Aarhold haben als die anderen. Ähm, und der Aarhold auf der Retriever kann sich auch über den Skill, den ihr habt, ähm, kann er sich auch noch vergrößern. Äh, ich werde gerade mal in Rens andocken, damit mich hier niemand weggangt, während ich eben alle einfach rumfliege. Ähm, im Grunde genommen würde ich aber sagen, ähm, wenn ihr eine Mining Barge benutzen wollt, ich, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Skiff und der Procurer. Ähm, wie unterscheidet sich überhaupt der Yield dieser Mining, also wie viel ihr rausbekommt, wenn ihr da mit Minern geht? Ähm, es sieht so aus, als hätten die sehr, sehr unterschiedliche Boni auf Mining Yield. Das könnt ihr hier zum Beispiel sehen, ähm, die Procurer bekommt 150% Bonus auf ihren Stripminer Yield. Und die Mekinor bekommt nur, äh, die Retriever bekommt nur 25% Bonus auf ihren Stripminer Yield. Ähm, und die hier bekommt, äh, 2% Bonus noch auf den, auf die Zykluszeit. Die hier bekommt auch 2% Bonus auf die Zykluszeit. Ähm, wie lässt sich das jetzt überhaupt vergleichen? Eigentlich könnte man ja sagen, oh, ähm, die Procurer ist ja dann viel besser, weil sie einen viel höheren Bonus auf, äh, Stripminer Yield bekommt. Sollte man sich aber auch mal angucken, ähm, wie das Fitting-Layout aussieht. Denn die Procurer hat nur 1 High-Power-Slot, das heißt, die kann nur 1 Stripminer fitten. Und die Retriever hat 2 High-Power-Slots, das heißt, die kann 2 Stripminer fitten. Das heißt also, ihr müsst im Grunde genommen eigentlich den, äh, Bonus, den ihr hier seht, äh, von 25% auf Stripminer Yield, war das nicht früher auch mal anders? Müsst ihr im Grunde mal 2 nehmen, aber dann hättet ihr auf der Retriever weniger. Früher war's mal so, ich hab das früher mal ausgerechnet, die haben beide denselben Ertrag am Ende gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das heute immer noch so ist. Ja, wenn ich 2 Stripminer jeweils 50%, äh, 25% Bonus habe, und hier 1 Stripminer mit 150% Bonus... Ach, nee, Moment, lass mich das gerade mal ausrechnen. So, so viel Zeit muss sein. Ähm, ich hab hier also, und da ist auch noch mal die Frage, ob das aufgerechnet wird oder nicht aufgerechnet wird. Ähm, ich rechne einfach mal 2 mal, Klammer auf, ähm, 2 mal 0.25, Klammer zu. Die hat einen Bonus von einem Stripminer im Grunde genommen. Also von einem ungebonussten Stripminer. Und dann sollte die Procure tatsächlich besser sein, ne? Weil die 150% Bonus bekommt. Und die Retriever, wenn man das so rechnet, insgesamt... Ne, Moment, warum rechne ich überhaupt 2 mal? Ich lasse es einfach mal bleiben. Ehe, dass ich mich blamiere, sage ich einfach mal, rechnet es selber aus. Ähm, aber es sieht für mich jetzt tatsächlich so aus, als hätte die Procure einen höheren... ...Yield. Das war früher mal anders. Ähm, was aber hier auf jeden Fall der Fall ist, ist, die Procure hat eben eine sehr, sehr wesentlich kleinere Kapazität auf ihren Erzfrachtraum. Das heißt aber, ähm, die Procure muss wesentlich öfter rausworpen, um das Erz abzuladen. Was in dem Moment egal ist, wo ihr jemanden dabei habt, der das Erz für euch abholt. Also, dass ihr das Erz... Also, dass ihr im Belt bleibt und das Erz einfach nur auswerft die ganze Zeit. Ähm, aber nur so am Rande. Ähm, und... Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ähm, was ihr auch mal ausprobieren könnt, das habe ich selber auch nie ausprobiert, ist, es gibt eine bestimmte Rig-Klasse und die nennt sich Hicks Anchor. Und, äh, was in Mining Barges reinpassen würde, wäre der Medium Hicks Anchor. Ähm, das könnt ihr mal ausprobieren, ob ihr so ein Ding nicht reinbauen könnt. Ähm, dann könnt ihr, äh, seid ihr jetzt mal etwas langsamer, ähm, in der Ausrichtung insgesamt, glaube ich zumindest. Ähm, aber ihr habt 75% Malus auf eure maximale Geschwindigkeit. Wie kann sowas gut sein? 75% Malus auf die maximale Geschwindigkeit. Ähm, gucken wir uns gerade mal hier die maximale Geschwindigkeit der Procure an. Ähm, die liegt bei, äh, wo haben wir es denn? 160, ähm, Meter pro Sekunde. Und jetzt rechnen wir mal, äh, 160 mal 0.25. Das sind 40, das hätte ich eigentlich auch im Kopf wissen sollen. Ähm, das heißt, ihr bewegt euch mit einer Maximalgeschwindigkeit von, ähm, 40. Und jetzt müsst ihr mal gucken, ähm, ihr braucht 40 mal 0.75. Ihr braucht ja, ähm, ein Dreiviertel eurer Geschwindigkeit, um, äh, zu warpen. Und das sind insgesamt 30 Meter pro Sekunde. Und, ähm, wenn ihr jetzt mal guckt, äh, ich hab das Ganze doch hier in, ähm, ähm, äh, in Paint. Moment, ich werd das gerade mal hier so aufrufen. Ähm, die Sache ist jetzt die, äh, wenn hier ein Asteroid ist, und ihr wollt diesen Asteroiden, äh, wollt ihr minern, dann sucht ihr euch irgendwie, äh, sucht ihr euch irgendwie ein, äh, also was ich jetzt mit der Venture gemacht habe, ist, ich bin um den Asteroiden rumgeflogen die ganze Zeit. Ähm, und hab den beackert. So. Ähm, das ist auf der Venture kein großes Problem, weil die Venture sehr schnell rauswarpen kann. Ähm, die Procurer aber, die ist sehr, sehr langsam im Rauswarpen. Das heißt, wenn euch da im Low-Sec jemand anspringt, dann seid ihr im Grunde genommen schon, äh, seid ihr schon Toast. Denn es dauert ewig, bis ihr euch ausgerichtet habt. Und wenn ihr nicht zufällig so viele, ähm, also die, die Warp-Core, äh, oder Warp-Scrams, die ihr habt, kompensieren könnt mit euren zwei Warp-Core-Stabilizern, ähm, dann hält ihr euch auf jeden Fall fest. Das heißt, ihr seid sehr schnell aufzuschalten und seid sehr langsam im Warp. Ähm, der Stripminer, haben wir eben gesehen, hat eine Reichweite von 15 Kilometern. Und, ähm, eine Zykluszeit von, äh, 180 Sekunden. Und die Idee wäre jetzt, ihr sucht euch hier einen Punkt, auf den ihr reinwarpt. Und, ähm, wenn wir hier mal sagen, das hier ist jetzt 15 Kilometer Radius um diesen Asteroiden herum. Ähm, das heißt insgesamt habt ihr 30 Kilometer. Sieht aus wie ein Pokéball irgendwie. Ähm, insgesamt habt ihr 30 Kilometer Durchmesser dieses, äh, dieses 15 Kilometer Radiuskreises. Und, äh, die Idee ist jetzt, ihr habt hier irgendwo, habt ihr einen Punkt, zum Beispiel einen Safe-Spot, oder zum Beispiel auch die Station, äh, die in, oder eine Station, wenn denn eine da ist, in, ähm, in diesem System. Oder aber ein Stargate, wo ihr sofort in den High-Sec rein konnt. Muss natürlich auch ein Stargate sein, was zum High-Sec führt. Und, äh, die Idee ist jetzt, ihr sucht euch hier irgendwo einen Warp-In-Point für euren Asteroiden. Und, ähm, das ist genau gegenüberliegend von dieser, von dem Punkt, wo ihr hinwarpen wollt. Und die Idee ist jetzt, ihr fliegt die ganze Zeit mit drei Viertel eurer Maximalgeschwindigkeit, also mit 30 Metern pro Sekunde, äh, fliegt ihr auf diesen Punkt zu und fliegt dabei an dem Asteroiden vorbei. So, mit 30 Metern pro Sekunde. Und das heißt, ihr seid ausgerichtet und in dem Moment, weil es drei Viertel eurer Maximalgeschwindigkeit ist und in dem, in dem Moment, wo ihr, ähm, Warp anklickt, auf diesen Punkt hier, da seid ihr im Grunde genommen einen Server-Tick später schon im Warp. Und, ähm, jetzt machen wir die Rechnung einfach mal ein bisschen einfacher und sagen, ihr fliegt tatsächlich auf dem Durchmesser dieses Kreises. Ähm, was natürlich nicht der Fall ist, das heißt, insgesamt habt ihr eine etwas kürzere Strecke. Ähm, aber ihr habt 30 Kilometer. Also 30 1000 Meter. Und ihr fliegt 30 Meter pro Sekunde. Das heißt, insgesamt seid ihr 1000 Sekunden. Ähm, seid ihr in meiner Reichweite dieses Asteroiden. Und das sind eine ganze Menge Zyklen auf eurem Strip-Miner. Vor allen Dingen, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen schneller macht, weil ihr entsprechende Skills habt und dann den Bonus, ähm, der Mining Barge, der Procurer, ähm, bekommt auf die Zykluszeit, dann könnt ihr, sagen wir mal, ähm, drei oder vier, drei oder vier Zyklen mindestens. Ähm, wahrscheinlich sogar mehr. Äh, könnt ihr an dem Asteroiden vorbeifliegen, könnt den Asteroiden minern, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr hier den, die Reichweite eures Strip-Miners wieder verlasst. Ähm, dann könnt ihr natürlich nicht mehr weiter minen, aber dann macht ihr das Ganze wieder. Dann warpt ihr hier zu dem Punkt hin, ähm, wo ihr drauf ausgerichtet seid. Dann warpt ihr wieder zurück auf diesen Punkt. Und dann macht ihr, äh, beginnt das ganze Spiel von vorne. Und, äh, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, sehr, sehr sicher, auch im Low-Sec, ähm, Minern zu gehen mit einer Mining Barge. Ich hab's, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber das ist so eine Idee und ich glaube, das ist auch das, wofür diese, äh, Higgs, Anchor, Riggs ursprünglich mal, ähm, eingefügt wurden. Wäre mal eine Idee, wäre sicherlich mal ein Versuch wert. Ähm, und wie gesagt, in dem Moment, wo jemand auf dem D-Scan erscheint, drückt ihr einfach sofort Warp und ihr seid sofort im Warp, schwupp, und seid raus. Dazu müsst ihr natürlich auch aufpassen. Ja, wenn ihr nicht aufpasst, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Ähm, und wenn jemand direkt neben euch enttarnt, ähm, dann könnt ihr das wahrscheinlich trotzdem noch machen. Wenn jemand versucht, euch zu bumpen, das heißt also, jemand fliegt, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade hier seid, ähm, und jemand fliegt getarnt, also, ähm, oder ihr seid hier und jemand sieht das, ähm, dass ihr hier gerade am Mainern seid und sieht, wohin ihr ausgerichtet seid, und derjenige ist getarnt, dann sagt er zum Beispiel, okay, ich fliege, äh, ich fliege hier hin und fliege so, dass ich 10 Kilometer ungefähr von diesem, vom Lot dieses Punktes, wo er ist, oder dass das Lot von dem Punkt, wo er ist, auf die Strecke, wo ihr, äh, wo ihr langkommt, dass das ungefähr 10 oder 12 Kilometer Abstand sind, und dann sagt er, ähm, in dem Moment, wo ihr hier vorbeikommt, äh, da nimmt er Anlauf, enttarnt sich, nimmt Anlauf und versucht euch zu bumpen, das heißt also, ähm, möglichst, ähm, in euch reinzufliegen, sodass dann nachher euer Geschwindigkeitsvektor irgendwie in diese Richtung zeigt. Äh, dann seid ihr ja nicht mehr ausgerichtet, das heißt, ihr seid nicht mehr sofort im Warp. Ähm, aber es wird für den Bump, äh, wird eure Masse, also es ist ein, äh, ein Stoß, physikalisch gesehen, wird es, glaube ich, auch relativ korrekt berechnet, ähm, das heißt also, eure Masse wird gegen dessen Masse aufgerechnet, und mit der, also mit der verglichen, und der Higgs-Anchor gibt euch gleichzeitig noch einen 100% Masse-Bonus, was euch noch wesentlich schwerer zu bumpen macht. Ähm, ich glaube also, das wäre ein Versuch wert, probiert's einfach mal aus und berichtet mir dann, wie's gelaufen ist. So, ähm, soviel zu dem Thema, die Folge ist auch schon wieder länger geworden, als ich das eigentlich geplant hatte. Ähm, beim nächsten Mal gibt es, geht es dann um, um Factional Warfare. Äh, vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Mal wieder, und bis dann.